Das ist gut. Überhaupt alles aus Milch. Hier, schauen Sie. Butter, Joghurt, Käse. In sämtlichen Variationen. Ich halte mir sogar eine eigene Kuh. Wie bitte? Mit Stall und allem? Klar. Voll klimatisiert und immer schön desinfiziert wegen der Viren. Blitzsauber. Und wer kümmert sich da drum? Mein Tierpfleger, mein Veterinär, meine Melkerin. Und Sie meinen, das lohnt sich? Verzeihen Sie, wie komme ich denn sonst in all diesen Genuss? Lachen Sie nicht. Vielleicht sieht es mit Ihrer IT ja ganz ähnlich aus. Eigene Server, klimatisierte Räume, aufwendiger Virenschutz, Fachpersonal. Von Datensicherung und Softwareaktualität ganz zu schweigen. Das ist vielleicht ähnlich wirtschaftlich wie die eigene Kuh für ein paar Milchprodukte. Bauernhöfe und Molkereien machen ja Sinn, keine Frage. Genauso das Steinheber Schwerrechenzentrum für das komplette Outsourcing Ihrer IT. Aber Käse kriege ich dort keinen? Noch etwas Äんです kann das Äg timeframe? Genau das Pele ich auch Ärger.